Ops, naja, können wir gleich wieder anbauen. Erstmal wieder Licht rein. So, dann gehen wir auf der... Wir gehen auf der Außenseite dran. Das heißt, einmal hier. Erstmal ein bisschen Platz machen. Einmal da oben. Einmal hier oben und einmal hier unten. So, da schließen wir erstmal ein normales Verbindungsstück an. Ich würde gerne mal ein bisschen Platz haben zum Arbeiten. So, an dem normalen Verbindungsstück, da schließen wir das Filterding an. Jetzt müssen wir mal gucken. Und hier geht es dann runter zum System. Das heißt, der schwarze ist jeweils das, was reingehen soll. Und alle anderen brauchen wir nicht. So, das heißt, links ist Holz. Jetzt nehmen wir uns ein Holz. Und sagen hier im schwarzen, bitte mach mal Holz. Und das ist an. Ja, das ist Holz. Das wird behalten. Man braucht es nur, um es irgendwie zu markieren, was da rein soll. Man kann jetzt hier natürlich auch noch sagen, ja, wir haben noch mehr Holz. Wir haben noch andere Holzsorten. Die können dann auch alle hier reingefiltert werden. Und alles, was an ist, aber nichts drin ist, lässt durch, wenn ich mich richtig erinnere. Wir gucken gleich mal, ob das so funktioniert. So, hier die linke Seite, das war leer. Hier links, wir können das Holz übrigens wieder zurück tun. So, hier links Blätter. Das heißt, wir brauchen einmal ein Blatt. Auch hier können wir wieder irgendwie die anderen Blätter auch noch alle irgendwie reintun. Auch hier ist es wieder die schwarze Ecke. Da machen wir auch wieder rein. So, zack. Dann können wir das dann auch zurück tun. Äh, aber nicht hier, sondern hier oben. Ja. Und Sinn des Ganzen ist natürlich, letztendlich irgendjemand hat eine Kiste, wo man alles rein tut. Ähm, aus der wird rausgepumpt und, äh, die ganzen Objekte laufen dann hier eben durch diese ganzen Pipes durch. Ja, und, äh, laufen dann hier einmal rum und, äh, kommen dann jeweils an diesen Filter. Dengan vorbeeren immer da, wo der Filter entsprechend markiert ist mit eben dem entsprechenden Item, was dann da drin liegt. Eben hier die Blätter oder hier das Holz, ne. Und, äh, da wird das dann automatisch irgendwie rausgezogen. So, bei der Erde müssen wir das genauso machen. Auch da sagen wir mal, hier einmal im schwarzen, da ist bitte einmal Erde drin. Und wenn dann da jetzt durch diese Pipe ein, äh, durch diese Filterpipe ein Stück Erde durchläuft, wird erkannt, ah, hier Erde und es wird hier rausgesaugt und wird dann da eben reingeleitet in die Kiste. Ähm, man kann das Ganze natürlich auch im Kreis bauen, aber, ne, wir lassen das mal hier, dass es möglichst eine Pipe ist. Und oben haben wir dann letztendlich irgendwie einmal eine Kiste, ähm, müssen wir mal gucken, wie man, die bleibt hier natürlich nicht stehen. Äh, wie man die dann anschließt. Und dann läuft das halt eben da entsprechend rein. Ähm, dazu brauchen wir aber noch, damit das dann funktioniert. Nehmen wir mal den, den Stack Geweiß, das geht schneller. Es ist natürlich wieder so ein... Da brauchen wir auch ganz viele Miesekristalle für, ne? Hm, 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 hm. Aber dann ist von der, von der Anzahl des Rezepts, das geht dann, eigentlich gibt es dann zwei Stück von. Das heißt, wir können zwei Kisten machen, wo dann irgendwie Sachen rausgepumpt werden. Ähm. Das klappt, glaube ich, ganz gut. Äh. Äh, ich bin zu früh am Morgen, so viel Aufwand. Äh. Ich sehe übrigens gerade, äh, da ist irgendwas falsch. Äh. Da passt noch irgendwas nicht. Wir haben ja hier jetzt Zeitzone irgendwie zwei. Oh, hier einmal irgendwie das Ganze anwenden. So. Das ist nämlich 7.39 Uhr und nicht 6.39 Uhr. Ich sage, ganz früh ist es dann auch nicht mehr. So. Gut. Hm, also. Das passt soweit, was man natürlich noch machen könnte. Man könnte irgendeine Tür reinbauen, dass man da noch wieder drankommt. Aber in dem Fall sind wir hier hinten eigentlich soweit durch. Das heißt, wir machen das Ganze hier hinten einmal wieder ordentlich zu. So. Da müssen wir eigentlich jetzt erstmal nicht mehr dran. Ähm, so. Da kommt genau so einer rein. Dann kommt... Ah, wir müssen hier... Hier ist ja so einer. Das heißt, wir müssen hier uns einmal irgendwie außen rum schlängeln. Ach, was mache ich denn da? Und... Mehr, mehr, mehr. Wir werden eine ganze Menge an Pipes noch benötigen. So. Weil hier ja die Beleuchtung auch noch irgendwie hin muss. So. Und da oben müssen wir uns genauso auch einmal rum schlängeln. Weil auch da natürlich irgendwie einmal was im Weg ist. So. Ist aber egal. Das geht ja mit den Pipes. Die kann man ja irgendwie verlegen, wie man lustig ist. So. Dann kommen wir da nämlich schön rum. Dann drehen wir das Ganze hier einmal wieder um. So. Und dann machen wir hier einmal schön ordentlich zu. So. So. Und dann ist die ganze Technik nämlich schön versteckt. Sieht genauso aus wie vorher. Auch mit der Beleuchtung. Gut. Dann machen wir das hier drüben genau so. Auch da bauen wir uns dann einmal irgendwie rein. Auch hier jeweils im Äußeren einmal irgendwie dran. So. So. Dann brauchen wir schon wieder Pipes. Meine Güte. Ich glaube, wir machen gleich mal ein paar. Ja. So. Einmal rein. Einmal rein. Hier auch rein. Hier auch rein. Hier auch rein. machen. Aber wir machen erst mal die Pipes fertig. Brauchen wir gar nicht so viele, ne? So. So. Und dann machen wir noch mal ein paar normale. Da brauchen wir sowieso noch ein paar von. Also von daher alles gut. So. Das heißt, wir müssen hier einmal außen rum. Kommen wir hier eigentlich, hopps. Eigentlich gleich schon mal wieder hin machen. Und hier müssen wir auch einmal außen rum. Dann bringen wir unsere Filtergeschichten hier wieder an. Da einmal. Da einmal. Da einmal. Da einmal. Ja, da ist es dann immer der Weiße. Da einmal. Da einmal. So. Einmal außen rum. Auch hier einmal außen rum. Äh. Müssen wir auch wieder rauskommen irgendwie. So. Auch hier einmal außen rum. Und. Dann. Machen wir das nochmal da weg machen. Dass wir auch wieder da hinten in die Ecke kommen. So. Dann machen wir hier wieder zu. Und zu. Und äh. Zu. Und. Zu. Und zu. Hallo. Äh. Fackel ist hier. Fackel wieder rein. Und zu. Und zu. Und zu. Und zu. Und zu. Und zu. Hier natürlich auch wieder ordentlich zu machen. Da. 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 Und wie gesagt. Also. Was ich auf jeden Fall noch machen werde. Ist. Dass man hier so einen Wartungsschacht. Oder Wartungsgang. Oder sowas hat. Dass man eben an diese Steuerung hinten dran. Ankommt an die Sortierung. Und. Ähm. Da schauen wir dann mal. So. Wir müssen eine ganze Menge sortieren. Übrigens. Also wir wollen ja auch gucken. Dass wir aufteilen. Wenn das denn Erze sind. Dass die dann eben speziell nochmal behandelt werden. Das machen wir dann aber im Hauptlager. Im Großen. Was noch irgendwann mal zu bauen wäre. Ähm. Hier baue ich jetzt erst mal nur so Filtergeschichte ein. Ähm. Und den großen Lager. All den großen Technikraum hier unten. Den nutzen wir dann wirklich fürs Hauptlager. Das kommt dann irgendwo unterirdisch hin. Dass das nicht stört. Aber da ist dann wirklich alles drin. Und dann haben wir dann eine Kiste. Wo wir alles reinschmeißen. Der Kram wird automatisch unten verarbeitet. Und dann passt das dann schon. So. Wir brauchen aber trotzdem noch eine Verbindung. Wir müssen ja auch irgendwie an die ganzen Sachen. Jetzt müssen wir aber kurz mal gucken. Wo wir die Kiste hinstellen. Wo sind wir denn hier eigentlich? Das Problem ist. Die connecten halt immer automatisch. Also wir werden nicht drum rum kommen. Dass wir hier irgendwas connecten. Das heißt wir müssen hier eigentlich runter gehen. Was ja möglich sein sollte. Wir können ja kurz mal gucken. Genau. Ne. Hier ist. Ne. Da kommen wir nicht runter. Aber hier die Ecke. Das wäre schon gut. Irgendwie als Einschubkiste. Da ist ja. Hier kann man halt irgendwie nicht. Hm. Hm. Hier würde es halt direkt in die Kiste gehen. Und das wäre halt irgendwie doof. Wie gesagt. Sobald wir hier irgendwie versuchen außen rum zu gehen. Weil hier müssten wir dran. Ah also. Wir müssen da hinten irgendwie dran. Ah. Schade. Schade, schade. Ach nee. Hier muss. Hier muss Erde rein. Schade, schade Schokolade. Das heißt. Äh. Hups. Äh. Uh. Wir müssen uns einen anderen Weg nach unten suchen. Man kann ja hier hinten irgendwie die Kiste reinstellen. Gucken wir mal was. Hier ist wahrscheinlich genau der gleiche in grün. Wohl. Gucken wir auch nicht hin, ne. Wir kommen nicht runter. Ach, Mann. Ach, Meno. Ähm. Hier auch wieder zumachen. So. So. Die schönen Ecken. Das wäre natürlich optimal gewesen. Kann hier in der Mitte irgendwie runtergehen. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Das kommt davon, wenn man so eng baut. Hier ist halt. Der Raum hier unten genauso groß wie der Raum oben. Das bedeutet, wir müssen da irgendwo anders runter. Wir können eigentlich. Was wäre echt schön, wenn man hier irgendwie runter könnte. Haben wir nicht eine Axt dabei? Was wäre denn, wenn man hier runter geht? Also wir müssen definitiv irgendwie mehrmals um die Ecke gehen. Also wir müssen da irgendwie hinkommen. Und auch da müssen wir dann gleich mal gucken. Aber jetzt müsste doch eigentlich... Hier ist doch zu, oder nicht? Ach, der ist auch offen. Wieso ist denn das offen? Ach du, hau ab. Geh weg. Es wäre ja zu einfach gewesen, nicht wahr? Es wäre zu einfach. Aber da wäre halt irgendwie eine gute Idee für eine Kiste. So halt, ne? Dass dann eben die Sachen von oben einfach runtergeleitet werden. Ähm... 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 Kein Holz hier oben mehr. Na sowas. Ach nee, Holz war hier, ne? Nein, hier unten. So. Äh... Nee, wir brauchen... Doch, wir brauchen zwei. Macht der Idiot denn so? Ups. So. Ist von außen... Ähm... Oh, meh. Aber es ist halt hier offen. Andererseits wollten wir hier unten ja sowieso irgendwie das Ganze mal austauschen. Die ganze Wand gegen normale Steine. Ah... So. So. Gucken wir mal, ob das passt. Dann machen wir nämlich jetzt genau das, was wir eigentlich schon seit, äh, tausenden Aufnahme-Sessions vorhaben. Weil hier ja der Wald, äh, der Wald, der Hügel ist. Natural. Natural. White Bag. Natural. Wieso müssen wir eigentlich den Mond sich ständig ändern? Was soll das denn? Ich wollte eigentlich den weißen... Och, Mann, Mann, Mann. Hm. Also mit weißer Farbe. Hä? Natural. Back. Kann man dann einfärben. Ja, gut. Wie kriegt man weiße Farbe? Aus den weißen Blumen. Natürlich. Natürlich. Weiße Blumen haben wir, glaube ich, noch drüben in der Dingskiste, ne? Hallo, Tür. Danke. Die braucht anscheinend auch so ein bisschen, bis sie geladen ist, ne? Wenn man darüber dann teleportiert ist. So, eine beliebige weiße Blume. Haben wir denn eine beliebige weiße Blume? Nein, natürlich haben wir keine beliebige weiße Blume. Das heißt, wir müssen eine beliebige weiße Blume holen. Äh, mindestens eine. Hätten wir denn theoretisch hier irgendwie so in Sichtweite irgendwie eine weiße... Also da sind auf jeden Fall Blumen. Wir können mal gucken, ob da auch weiße Blumen sind. Hier ist eine rote Blume. Yay! Hier, das ist das, was ich meine. Also es ist weniger als das irgendwie an einer anderen Stelle. Und hier sieht man es ganz deutlich. Also hier ist... Die Welle ist noch da, sie bewegt sich nicht, aber... Ist trotzdem sichtbar. Gut, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo weiße Blumen finden. Da hinten ist das... Sind das gelb oder weiße? Oder was ist das da hinten? Das sind weiße Blumen. Da, 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 da funkelt es doch schon. Das sind weiße Blumen da hinten. Ja. Ja, guck mal, da, da sind weiße Blumen. Aber wir brauchen ja schon ein paar davon jetzt, ne? Weil eine weiße Blume gleich ein... Ein Farbstoff, oder wie ist das? Na, eine weiße Blume mit zwei Farbstoffe, okay. Trotzdem brauchen wir ein paar weiße Blumen. Kann man die eigentlich züchten oder anpflanzen? Das wäre natürlich nochmal eine geile Idee. Da gäbe es doch bestimmt eine Mod für, oder? Da sind noch mehr weiße Blumen. Yay! So, und hier ist dann das Wasserganze irgendwie dran. Oh, Mann. Das sieht scheiße aus. Das muss man auch sehen, dass das scheiße aussieht. Warum macht man sowas? So. Noch mehr weiße Blumen. Und ich gucke mal, ob da irgendwie eine Mod für gibt, dass man die züchten kann. Vielleicht ist es in Farming irgendwie mit drin, oder? So, müsste aber eigentlich reichen. Ach, es gab vier Pro. Na gut, okay. Dann reicht es auf jeden Fall. Nee. So, dann einmal raus. Dann einmal gefärbt. Das war mit außen rumlegen, ne? So war das genau. Ja, gut. Das ist halt ein Schritt mehr jetzt, ne? Aber Schritt mehr ist ja besser einfach gelernt letztes Mal. So ist doch fein. So ist doch fein. Von innen sieht es genauso aus. Aber von außen ist halt hier, dass es jetzt irgendwie bündig ist. Naja, gut, okay. Aber dann ist es hier zumindest irgendwie auch mit dieser Wand vernünftig zu. Und wir haben unsere Kiste da, wo wir sie haben wollen. Jetzt müssen wir von unten mal gucken, dass wir den ganzen Scheiß noch irgendwie verbinden. Das heißt, wir buchen uns hier einfach mal in die Wand. Ja, da kommt dann nämlich raus. Und wir haben ja noch die Blätterkiste. Da müssen wir nämlich da genauso machen. Die schließen wir dann nämlich auch mit an, an das System. Und dann kommen nämlich alle Blätter, die da drin sind, werden dann automatisch weitergeleitet. Deswegen ist ganz gut, dass wir zwei von den Injektoren bekommen. Die müssen eigentlich auch unter der Kiste funktionieren. Hoffe ich zumindest. Aber wir können leider nicht unter der Kiste irgendwie eine Röhre anbringen, die dann irgendwie genutzt wird, sondern man muss halt gucken, dass man da irgendwie dann anderweitig dran kommt. So, wo sind wir denn hier überhaupt? Tups, hier wollen wir hoch. Nee, das ist ein Hin und Her. So, wir sind hier drunter. Das heißt, wir sind hier drunter. Das heißt, wir sind hier eins versetzt. Da müssen wir noch einen rüber. Okay. Und dann gucken wir gleich mal, ob die denn auch wirklich unter den Kisten funktionieren. Sonst haben wir ein Problem. So. Und hier ist unser Kunstwerk, was wir mal gebaut haben. Dass das von unten beleuchtet ist und hier sind dann irgendwo. Wo sind wir denn? Ich will doch nur diese blöde Kiste irgendwie verkabeln da unten. Irgendwo müssen wir noch höher. Irgendwo müssen wir noch höher. Hier unter dem. Also hier, das ist da. Das ist. Hier, das ist. Da. So, das ist hier. Das ist. Hier, ne? Oder? Da, da wollen wir hin. Sehr gut. Jetzt müssen wir kurz mal gucken, dass wir das hier wieder schön machen. Sonst ist nämlich die Beleuchtung irgendwie ein bisschen komisch. Äh. So. So. Dann machen wir hier wieder zu und zu und. zu und zu und zu und zu und zu. Nee. Oh. Zu und zu und zu. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall den Injector. Dann brauchen wir auf jeden Fall den Injector. 7, so. 7, 8, 9. Da, da, da. So. So. Das ist das. Da, 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 da. Ich bin verwirrt. Alles ist irgendwie komisch heute. Hä? Bin ich bescheuert? Oder was? Hä? Hä? Ich bin bescheuert. Es ist, äh, keine Ahnung. Ich bin bescheuert heute. Kennt der Idiot sein eigenem Motten nicht mehr. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Oh. Ey. Du Idiot. Du musst da noch Wasser reintun. Mann, 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 Mann. Vielleicht sollte ich mal von diesem Feuchten irgendwie mal alles fertig machen. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall ausreichend da für den Fall, dass wir es irgendwann mal brauchen. Was wir natürlich auch machen könnten, irgendwann, dass wir vielleicht mal einen Autocrafter irgendwie bauen dafür. Ich hatte nur die Frage, wie wir das mit dem Wasser dann machen. Wir brauchen ja eine Wasserquelle, weil wir jedes Mal einen Wassereimer brauchen. Und da irgendwie hunderte Wassereimer reintun. Das ist natürlich auch irgendwie komisch. So. Äh, nein. Hier unten. So. Kurz einen Augenblick hinwarten. Währenddessen einen dringend nötigen, hm. Einen dringend nötigen Schluck aus der Energydose. Und dann gucken wir gleich mal. Dauer, dauer, dauer. Dauer, dauer, dauer. So. Hier Nummer 1. Nummer 2 kommt auch gleich. So. Hier. Das wäre ja was, wenn man die Blumen irgendwie dann da benutzen könnte. Kann man das vielleicht sogar. Nee, die kann man nur... Wieso 4? Wahrscheinlich auch so ein Extractor oder sowas. Keine Rezepte. Gut. Das wäre eine Idee für eine Mod. Aber sowas von. So. Hoppsa. Lidlidlidlidlidlip. Ja. Ja. Das sieht schon ziemlich ramponiert aus, ne. Man kriegt auch, glaube ich, nicht wieder irgendwie... Ja, man kriegt die wieder...